im letzten teil sind wir einem großen monster begegnet dass wir noch nicht richtig begutachten konnten aber jetzt schauen wir uns mal genauer an ach du scheiße was ist das ist das irgendwie das habe ich noch nie gesehen ich kenne ich kenne mich auch nicht hundertprozentig aus ich weiß nur dass verdammt großes hässlich und mich übelst in den arsch ficken ist aber nicht aus wunderbar oder wenn er dann hässlich ist es verdammt riesig und macht bestimmte menge kracht auch und man kann es an seinem hintern treffen das ist sympathisch wo wir hin ok er will mich ja super was mach ich denn jetzt mach ich gar nichts mehr ich glaube der ist nicht ohne der kollege ist nicht ohne vergess mal alle gurgeln von irgendwelchen liebesauriern und ähnlichen der hier hat ich glaube ich würde ich vielleicht er habe ich nicht getroffen im ersten moment erinnert die musik etwas an Okinau Time ist es aber nicht ganz deutlich hey ich habe gedacht das wäre sein schwacher Punkt ach so das wäre sein schwacher Punkt ja sagt das doch mal jemand oh god war und und mein Gott vor er okay Jo im Schiedsmeister der Bescheid war er hat er gut es auf den Pixel genau aber wenn ich mir da die Schocken da der Gere geht ja eigentlich gerade so also schon verdammt schnell aber den Kammer ausweiten aber jetzt die Geschichte hier die Teil nicht ganz ja auch aber das gibt natürlich drei mal getroffen ich habe das überlebt noch mal aber darauf an weil er den mund so aufmacht dass er noch ein stück nach oben geht oder kann er nicht immer dass wenn er ich bin wieder an okay und und das ist ganz einfach, er zielt ja immer mit den mittleren Dinger auf ein aaaaaaah und damit, da kommt auch immer eins, also er richtet also die Dinger nach nach mir aus, also muss ich einfach nur einen Schritt zur Seite gehen dürfte doch machbar sein zweimal geschlossen ich hab schon Bilder von dem Endgegner hier gesehen, ich hab immer gedacht, das wäre der Letzte, weil er so riesig und so hässlich ist aber gut, wer den Endgegner aus dem ersten Teil kennt, der weiß eigentlich, dass das nicht alles sein kann also wenn ihr den Endgegner aus dem ersten Teil noch nicht kennt, dann ich würde vorschlagen, spiel es einfach selbst, es ist einfach viel besser als es dann in einem Video zu sehen es ist einfach nur ab, aber alles geil oh die macht das auch noch mehrmals, ach Gott ey ok, wo wir da jetzt sind ah, ich glaub ich hätte in die Ecke da oben gemusst, oder? Ne, jetzt geht aaaaaaah, okay oh je, was ist das denn? oh man oh man oh 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 man ach so, die Blippen genau wenn ich da bin, ok ich verstehe ich hätte mal auf so scheiße zu sein, scheißding lass es mal treffen das ist ja das Problem, ja wenn ich den nicht treffe, dann macht er eh nicht weiter was macht er jetzt? ich werde ich muss über ihn ah, super, jetzt bin ich gefecht ah, scheiße das ist so typisch, I wanna be the guy, ah, Gott das er lässt ewig, er lässt einmal dann Ewigkeit dass er könnte einen direkt töten, aber nein, er wartet und wartet ganz langsam kommt er näher, ja und du kannst halt einfach nicht machen ach, das ist Drecksspiel Jo, mach ich nochmal mach mal die Maus da aus dem Bild so, ok ach scheiße oh man, ey ah frustration ah du hab mich jetzt mach ich denn 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 mach ich den Jo, Kumpel, mach hin. Auf da. Oh, das sind vielleicht ein paar Scheißdinge, ey. Boah. Ich bin ja vielleicht Hardcore. Hey. Ach, Scheiß, aah, Mann, ey. Oh, das wird dauern, das wird dauern, oh, Gott. Ganz ehrlich, sowas, ach, Gott, sowas nervt halt, Alter. Ewig lang, bis man wieder an derselben Stelle ist wie eh, ah, Mann. Dass du die ganze Zeit diese hässliche Fresse sehen, zum Beispiel. So, okay, diesmal habe ich ihm ganz gut gegeben, eigentlich. Okay. So, ich habe nicht viel zu erzählen. Gibt es ja auch nichts zu erzählen im Moment. Oh, außer dass ich ihn schon wieder nicht getroffen habe. Was macht ihr jetzt nochmal? Ja, jetzt kommt er rüber. Ja, ja, okay. Okay, vielleicht kommen wir jetzt mal ein bisschen weiter als eben gerade. Ja, okay. Okay, 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 wir kommen weiter. Wir kommen weiter. ja ja mann ja mann ja mann ja mann und er wird der grüner Schlüssel ja grüner Schlüssel mit der Siege von Faro von ja wie heißt das solle Spiel Wanderwoll genau